Was ist die Wirkung von Alkohol auf Colitis ulcerosa? Die Wirkung von Alkohol auf die Colitis ulcerosa variiert je nach Individuum. Da Alkohol ein bekannter Reizstoff des Verdauungstraktes ist, kommt es bei vielen Menschen nach dem Trinken eines alkoholischen Getränks zu Magenschmerzen, Entzündungen, Gasen und anderen Verdauungsstörungen. Einige sind möglicherweise in der Lage, ein oder zwei Getränke problemlos zu verarbeiten, während andere ein paar Schlucke zu sich nehmen und bald Symptome entwickeln. Dies hängt von jeder Person und der Schwere ihres Zustands und ihrer individuellen Zusammensetzung ab. Colitis ulcerosa wird durch eine Entzündung des Dickdarms verursacht, die schließlich zu Geschwüren und Lesionen führen kann. Dies verursacht bei vielen Menschen starke Schmerzen und kann zu Verdauungsstörungen, Magenschmerzen, Verstopfung und anderen unangenehmen Nebenwirkungen führen. Es ist bekannt, dass bestimmte Nahrungsmittel Symptome auslösen, und diese Elemente sind für jeden Leidenden unterschiedlich. Dies ist der Grund, warum die Auswirkungen von Alkohol auf Colitis ulcerosa bei allen Menschen unterschiedlich sind. Alkohol ist für fast alle ein Reizmittel für das Verdauungssystem, obwohl einige es besser vertragen als andere. Wer zu viel Alkohol konsumiert, kann sehr übel und krank werden. Erbrechen ist eine häufige Nebenwirkung des übermäßigen Alkoholkonsums. So wie keine zwei Menschen die gleiche Alkoholtoleranz haben, wenn es darum geht, betrunken oder krank zu werden, werden auch keine zwei Colitis ulcerosa-Patienten auf die gleiche Weise reagieren. Bei der Bestimmung der Auswirkungen von Alkohol auf Colitis ulcerosa im Einzelfall wird den Patienten geraten, langsam anzufangen. Der Konsum eines alkoholischen Getränks ist ein guter Anfang. Wenn innerhalb einiger Stunden keine Symptome auftreten, können zwei beim nächsten Mal konsumiert werden. Da empfohlen wird, Alkohol ohnehin in Massen zu konsumieren, sollte dies kein großes Opfer sein. Einige sagen, dass die Auswirkungen von Alkohol auf Colitis ulcerosa durch Essen und Trinken von Wasser vor dem Konsum eines alkoholischen Getränks verringert werden können. Auf diese Weise wird verhindert, dass Alkohol auf leeren Magen gelangt, und das Wasser kann dazu beitragen, die Auswirkungen von Alkohol auf den Verdauungstrakt zu mildern, wenn er in ausreichender Nähe konsumiert wird. Wer nach nur einem oder weniger alkoholischen Getränken ernsthafte Schübe hat, sollte auf Alkoholkonsum ganz verzichten. Es gibt alkoholfreie Alternativen zu den meisten Cocktails und sogar zu Bier, die sehr wenig oder keinen Alkohol enthalten. Abhängig von den einzelnen Träger-Lebensmitteln des Patienten sind möglicherweise verschiedene Getränkekombinationen möglich.